Es ist ganz einfach. Diese Frage nicht beantworten. Nein, darüber habe ich nicht mit Julian gesprochen und bin auch der Meinung, dass Maxi in der Richtung keine Schlagzeile mehr braucht. Ich glaube, dass er in den letzten Wochen gut geleistet hat bei uns, hat auch verdient, immer wieder gestartet, auch die Tore gemacht und freue mich auch auf seine Weiterentwicklung. Ja, ich habe gesagt, in der Richtung keine Schlagzeile mehr braucht. Ich freue mich über jede Schlagzeile, wenn er im Spiel auch super leistet. Die hat er auch verdient. Ich freue mich über unsere aktuellen Erfolgsserie und freue mich auch auf mehr. Und deswegen wollen wir uns den nächsten Sieg auch erarbeiten. Ein Fakt ist, dass gegen Borussia Dortmund, wenn wir etwas erreichen wollen, muss man auch verstehen, was für ein Spiel das auch sein wird. Ich würde ihn nicht als Reifeprüfung nennen, sondern einfach als super Möglichkeit, gegen einen Top-Gegner erfolgreich zu sein.